Fine Voices Hörbücher in Serie Sie hören Die Frauen der Villa Sommerwind Das Glück am Horizont von Anna Husen Gelesen von Anna König Henriette, Timmendorfer Strand, April 1903 Du wirst deinen Platz in dieser Welt finden, meine kleine Henni, auch ohne mich. Die Worte zuckten wie ein greller Blitz durch ihre Gedanken und ruckartig öffnete Henriette die Augen. Sie blinzelte gegen das Sonnenlicht, als die Kraftdroschke mit einem dumpfen Rumpeln zum Stehen kam. »Sind ihr schon da?« murmelte ihr kleiner Bruder Hermann, der mit dem Kopf auf ihrem Schoß eingeschlafen war. Sein dunkler Lockenschopf umrahmte das blasse Gesicht wie ein Kranz. Schläfrig öffnete der Junge die Augen. Er war nun schon acht Jahre alt. Aber ihre frühe Abreise aus Hamburg, der Abschied von seinen Schulkameraden und die Aufregung, bald ein neues Zuhause zu haben, schienen ihn völlig geschafft zu haben. Liebevoll lächelnd strich Henriette ihm über die Stirn. »Ja, das sind wir. Komm, steh auf!« Sie half ihm hoch und neugierig schaute Hermann aus dem Fenster. Henriettes Blick fiel auf ihre Schwester Sibylle, die er gegenüber saß. Stricknadeln und Wolle in der Hand und den Kopf zur Seite neigte. »Du hast nicht geschlafen!«, bemerkte Henriette und streckte ihre verkrampften Glieder. Sie war dankbar für ihr Korsett, denn immerhin hatte sie nicht völlig krumm dagesessen, sodass nur ihr Nacken sich ein wenig steif anfühlte. Sibylle wackelte grinsend mit den Augenbrauen und schlug die Beine übereinander. »Ich habe über euch gewacht!« Henriette unterdrückte ein Seufzen und griff nach der Hand ihrer kleinen Schwester. »Du bist ein Engel, Sibylle!«, wisperte sie und erkannte in den feingeschwungenen Gesichtszügen immer mehr eine junge Frau, denn Sibylle war nun auch schon vierzehn Jahre alt. Und doch sah sie in den hellblauen Augen ihrer Schwester immer noch das Mädchen, das die Mutter viel zu früh verloren hatte. »Einen Engel kannst du mich nennen, wenn ich hiermit fertig bin!« Sibylle hielt den Stoff direkt vor Henriettes Nase, sodass die zurückzuckte und ihre Augen zusammenkniff, um zu erkennen, was ihre Schwester gestrickt hatte. »Ist das...« Henriette betrachtete den fliederfarbenen Stoff eingehend. »Eine Strickjacke?« »Sehr gut kombiniert, Watson!« Sibylles Stimme troff nur so für Ironie und Henriette verdrehte die Augen. Sibylle hatte einen regelrechten Narren an den Büchern des Meisterdetektivs Sherlock Holmes gefressen, die ihre Tante dem Mädchen von ihren Besuchen im Vereinigten Königreich mitgebracht hatte. Henriette verstand diese Passion nicht wirklich, aber sie freute sich, dass Sibylle eine zweite Leidenschaft neben dem Stricken gefunden hatte. »Und diese Jacke ist für...« »Können wir endlich aussteigen?« unterbrach Hermann seine Schwestern ungeduldig und tippelte von einem Bein auf das andere. Henriette sah ihn mit einem Grinsen an. Er sah adrett aus in seinem neuen Matrosenanzug, den ihre Tante Martha ihm vor der Abreise geschenkt hatte. »Ja«, sagte Henriette und schob ihren Bruder sanft zur Tür der Kraftdroschke. »Wir steigen jetzt aus, du...« Hermann verzog das Gesicht zu einer spitzbübischen Grimasse und streckte seiner Schwester die Zunge heraus, bevor er die Tür öffnete und ins Freie sprang. Henriette schüttelte den Kopf und folgte ihrem Bruder, nur um im nächsten Augenblick scharf die Luft einzuziehen und wie angewurzelt auf dem Gehweg stehen zu bleiben. »Wie schön«, murmelte sie voller Ehrfurcht und ihre Augen streiften über die schneeweiße Fassade des Hotels vor ihr. Golden glänzten die Fensterläden im Licht der Sonne und die Dachterrasse wurde rechts und links von blauen Dachschindeln umrahmt, die wie das Meer funkelten. Mehrere kleine Fenster zierten die Front des Gebäudes, wogegen im Erdgeschoss meterhohe Fenster prangten, die den Blick auf eine wunderschöne Halle freigaben. Die Simso und Bögen waren mit Schnörkeln und kleinen Figuren im nautischen Stil verziert, die Henriette jedoch eher kitschig als schön fand. »Ist das unser neues Zuhause?« fragte Hermann plötzlich neben ihr und strahlte Henriette an. »Ja«, sie legte eine Hand auf seine Schulter und kniete sich neben ihn. »Das ist die die Villa Sommerwind.« »Ein Schauer lief über ihren Rücken ...« Untertitelung des ZDF, 2020